Yo, ich habe schon mal ein Video gedreht über den Speedjet RS. Bloß war es ziemlich windig, die Tonqualität war nicht so berauschend und ich habe ein paar Details vergessen. Deswegen gibt es ein neues Video und einen ersten Erfahrungsbericht, ein kleiner Test von dem Roller. Ich habe den Roller für 270 Euro gekauft. Das ist die Limited Edition. Das heißt, ich habe Nummer 832 von wahrscheinlich 1000 Exemplaren, aber die Limited Edition sollte man nicht allzu ernst nehmen bei dem Roller. Wir haben hier natürlich auch ein paar Gebrauchsspuren. Hier wurde der Roller geklebt. Hier hat es den Kollegen, also den Vorbesitzer richtig aufs Mauer geschlagen. Da hat es halt die Verkleidung halbiert oder gespaltet. Egal, jetzt wird es jedenfalls ordentlich geklebt. Es hebt, sieht zwar nicht schön aus. Ich glaube, ein neues Verkleidungsteil kostet so 50 bis 60 Euro bei Ebay. Da habe ich mal nachgeschaut. Das ist das gleiche, nur die Verkleidung hier links. Ja, natürlich haben wir Gebrauchsspuren auch auf der anderen Seite. Hier sieht man das halt noch deutlich, dass er ihn so richtig gelegt hat. Also richtig gelegt hat. Hier fährt zum Beispiel ein bisschen was von Kunststoff, äh von der Verkleidung. Normalerweise kann man hier nur auf eine Schraube reindrücken, aber es geht hier nicht mehr, weil hier ein bisschen was abgebrochen ist. Aber halb zu wild. Hier sieht man es halt, dass er den ordentlich gelegt hat. Ja, egal. Verkleidung ist halb zu wild. Aber technisch ist einwandfrei. Vorne und hinten sind nagelneue Bremsen. Wir haben hier Wave Scheibenbremsen, das heißt, vorne und hinten sind sehr stark, sind noch stärker als die normalen runden Scheibenbremsen. Hier sind die, wie ihr sehen könnt, Wave Scheibenbremsen, so eckig hier rum, also haben sie eine komische Form. sind noch ein bisschen griff, äh noch ein bisschen stärker, wie gesagt. Und vorne und hinten wurden sie erneuert bei dem Roller. Wir haben hier einen Sportauspuff, was heißt Sportauspuff. Der kommt so von der Serie. Ähm, ja. Der normale Speedjet R hat glaube ich so einen längerlichen Auspuff, aber da bin ich mir nicht sicher. Der Unterschied zwischen dem Speedjet R und RS, so weiß ich, ist halt, dass die RS-Variante hier eine Wasserkühlung hat und der Normal-R eine Luftkühlung. Das heißt, die Wasserkühlung hat logischerweise mehr Leistung. Wir haben hier knapp 4 PS. Und die merkt man auch, dass er ziemlich gut zieht. Also recht ordentlich für einen Serienroller. Ja. Reifenprofil hinten sieht man wahrscheinlich schlecht. Ist ordentlich. vorne ist auch okay, aber hinten noch etwas besser. Die Reifen sind gut, kann man aber nicht sagen. Ähm, ja. Sonst funktioniert ja wie gesagt alles. Der Roller läuft um die 65 Stundenkilometer. Ist gedrosselt. Ja, warte. Kann man hier sehen. Am Blendrohr, das hier gedrosselt ist. Und ich glaube an der Zündung noch. An der CDI ist er gedrosselt. Sonst läuft er 75 bis 80 Stundenkilometer. Ähm, ja. Hier haben wir halt die, ja, den Taro. Der geht bis 80. Und links haben wir hier die Anzeige für die Wasserkühlung. Bei der Luftkühlung fällt das halt komplett weg. Und rechts haben wir hier die Tankanzeige. Der Roller schluckt sehr viel Benzin. Ist mir schon aufgefallen. Ähm, ja. Wie viel genau es sind, weiß ich nicht genau. Aber so lange habe ich den Rollers auch nicht. Aber mir ist auch gefallen, dass er schon duscht hat. Ja, dann machen wir die Blinker links, Blinker rechts, Fernlicht und Ölanzeige. Wenn man halt zu wenig Öl da drin sich befindet. Hier haben wir das Normallicht ab, das Normallicht und dann hat's Fernlicht. Blinker links, rechts und Hupe und Elektrostatü wie gesagt. Ja. Der S hat ja auch so Sportspiegel wie ihr sehen könnt. Beim normalen sind die halt eher so, keine Ahnung. Das war halt ovalförmig oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sind die beim RS etwas sportlicher gestaltet. Ähneln die vom Spiel des Speed Fight 3 oder so, keine Ahnung. Ja. Das Licht von dem Roller, da bin ich begeistert, weil ich bin schon viele Roller gefahren. Egal ob es Piaggio, Zipp, Jet Force oder was weiß ich für Roller es waren. Fand ich das Licht, also finde ich das Licht von dem Roller am besten würde ich sagen. Weil er hat eine komplette Sicht nachts. Ich bin schon nachts gefahren und es ist schön hell. Und ja, ich bin begeistert von dem Licht. Es riecht echt super bei dem Ding. Ähm, jo. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, für 72 Euro war echt ein Top-Roller, weil technisch ist er einwandfrei. Bremsen top. Und vom Motor her hat er auch relativ wenig Kilometer. Was haben wir hier? 8.741 Kilometer. Ja. Und da gehen schon ein paar Kilometer noch drauf. Ja, das war's zum ersten Erfahrungsbericht von dem B-Jet R. Ja, wir können nur mal anlassen. Das wär nicht schlecht. Könnt ihr mal hören, wie der sich so anhört. Wir haben jetzt auch zwei Schlüssel, das sind nicht scheiße etwas. Der größere Schlüssel ist halt für das Helmfach. Das Helmfach ist echt groß, finde ich. Ist nicht gut. Und das können wir uns anschauen. Zack. Ja, das haben wir hier. Das ist halt das Helmfach. Da kriegen wir schon einiges rein. Da kann man halt Bezin reinführen, logischerweise. Was fasst denn da rein? Ich denk mal. Passt denn locker zu 6 Liter rein. Hab's letztes Mal nicht vollgekriegt. Jedenfalls war's ein bisschen teuer. Das heißt teuer. 6, 7 Euro. Aber ist ungewöhnlich, weil bei den alten Mopeds, da ging nicht so viel rein. Ja, da drunter befindet sich halt der Vergaser. Da kann man den Vergaser reinstellen. Und halt zwei Tags Motoren und Öl kann man da reinfilmen. Wenn man halt hier die Abdeckung halt mit der Schraube hin, weil es wieder raus tut. Egal. Haben wir schon genug Helmfach gesehen vom Helmfach. Und der kleine Schlüssel ist halt für die Zündung. Logischerweise. Kann man schauen, ob der gleich anspringt. Ja, so sieht das Licht hier aus. Ja, nicht der beste Sound, aber für den originalen Roller passt der. Ja, und der Auspuff ist halt, ja. Jetzt sieht halt, dass da ein bisschen Flugrost dran ist. Aber im großen und ganzen rostet jetzt nicht durch, Gott sei Dank. Wie beim alten Jetforster ist mit dem Auspuff komplett durchgerostet. Das war auch die Krankheit bei den Peugeot Modellen, dass der Auspuff recht schnell rostet. Und ja, bei dem Auspuff, das geht eigentlich. Wir haben ein bisschen Flugrost, aber im Großen und Ganzen geht's eigentlich. Hebt das schon auch eine Weile. Ja, hier haben wir noch einen Seitenständer. Sonst gibt's allzu viel nichts zu sagen. Hier in der Mitte befindet sich die Batterie, die habe ich aufgeladen. Weil die war davor tot. Jetzt geht sie Gott sei Dank. Natürlich ein Kickstarter. Ja, das war's zum Speedchat RS Limited Edition. Der erste Eindruck, der Erfahrungsbericht von dem Roller. Ja, vielleicht kommen noch ein paar Videos von mir. Mal schauen, weil... Ich möchte ihn ja im Prinzip nur zwei bis drei Monate behalten. Aber mal schauen, wie sich der Roller so in der Zeit schlägt. Ich hoffe, es geht nichts kaputt. Ja... Ihr bis da.